Hey Leute, herzlich willkommen seit langem mal wieder auf meinem Kanal zu Erzieherinnen Wissen. Ich war jetzt super lange nicht mehr mit einem neuen Video hier auf dem Kanal, bestimmt ein Jahr lang nicht. Ich habe ja gesagt, dass ich mich mit euch zusammen auf die Prüfungen vorbereiten möchte. Jetzt habe ich mittlerweile die Prüfungen bestanden und bin erfolgreich geprüfte Erzieherin und jetzt schon seit letztem Jahr im Anerkennungsjahr, was ja auch immer viel zu tun ist. Und wie ihr das so wisst, gibt es immer irgendwas. Und ja, ich habe den Kanal ganz schön lange schleifen lassen, aber da es immer wieder neue Abonnenten gibt und jetzt mittlerweile schon 303, total cool, habe ich gedacht, ich muss mich doch nochmal bei euch melden und vielleicht doch nochmal schauen, ob ich es nicht schaffe, jede Woche ein Video hochzuladen oder zumindest sporadisch immer mal wieder und auch auf eure Wünsche einzugehen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare nochmal, welche Themen euch besonders interessieren. Ansonsten schaue ich, dass ich auch nochmal aus meinem Skript vom letzten Jahr ein paar Themen aufarbeite und für euch fertig mache. Und ja, ich glaube doch, das Thema interessiert einige und einige wollen sich gerne nochmal anders auf die Prüfungen vorbereiten. Und ich glaube, das ist eine gute Ergänzung, solche Videos nochmal zu schauen, um das nochmal von jemand anderem erklärt zu bekommen. Und das motiviert mich auch weiterzumachen, vor allem, weil halt so ein Anklang von euch kommt und immer wieder neue Abonnenten kommen, obwohl ich ewig kein Video hochgeladen habe. Und ja, aber heute bin ich wieder da und ich habe mir überlegt, ich gehe heute mal auf das Thema Prüfungsvorbereitung ein, weil ich glaube, dass immer so ab März dann die heiße Phase Richtung Prüfung geht oder sogar schon die ersten Prüfungen sind und im Mai oder so dürften dann vielleicht schon die mündlichen sein. Letztes Jahr waren wir im Juni fertig, weil ich war ja extern. Also jetzt so Anfang des Jahres wird es halt nochmal für viele interessanter, wirklich nochmal reinzuhauen und was zu machen. Und deswegen wollte ich heute mit euch besprechen, wie man sich dann auf so eine Prüfung vorbereitet. Und das ist eigentlich ein Tipp, den viele vielleicht schon kennen, aber vielleicht doch nochmal aufgreifen möchten. Und zwar sich wirklich eine Zeit zu überlegen, wann man lernen möchte. Also wirklich nochmal so eine Art Stundenplan zu erstellen und zu gucken, wann habe ich eigentlich Zeit. Genau, da gehen wir jetzt nochmal systematisch durch, wie man das aufbauen kann. Und das wäre dann einfach auch mein Thema für das heutige Video. Und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, schreibt mir mal eure Fragen. Also ihr nehmt euch einfach einen Stundenplan. Ihr könnt den handschriftlich oder in Excel machen. Oder ich habe so eine Vorlage von dem Erzieherinnenheft, von diesem blauen. Das kann ich nochmal verlinken, welches das war. Da sind auch nochmal ganz viele Themen, also die wichtigsten Prüfungsthemen zusammengefasst. Und eben auch, wie man so eine Prüfung vorbereiten kann. Und zwar braucht ihr dafür halt, wie gesagt, einen Stundenplan. Von Montag bis Sonntag schreibt ihr einfach alle Tage auf. Dann von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends vielleicht die Stunden. Und dann müsst ihr erstmal alle Blocks markieren, wo ihr schon mal keine Zeit habt, für die Prüfung zu lernen. Also sei es Schule oder Job oder Familie. Da habt ihr sicherlich feste Zeiten, wo ihr wisst, da habe ich schon mal keine Zeit. Was ihr dann noch eintragen solltet, ist feste Termine für euren Sport oder für euer Hobby. Oder was ihr sonst halt an regelmäßigen Terminen macht. Und wenn ihr alle Termine eingetragen habt, die ihr schon mal regelmäßig die Woche habt. Dann seht ihr halt, wie viel Zeit noch übrig ist. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr auch nicht verplante Zeit habt, wo ihr euch ausruhen könnt und wo ihr keine Termine habt. Und wenn ihr sagt zum Beispiel, ja, Donnerstagabends ist mein Tag, wo ich mich mit Freunden verabrede oder wo ich einfach für mich was mache, dann blockt ihr diese Zeit auch. Und dann sind ganz am Ende noch Stunden frei, wo ihr was machen könnt. Und dann seht ihr, okay, ich habe Mittwoch eine Stunde, ich habe Donnerstag zwei Stunden und ich habe Samstagvormittag drei Stunden Zeit. Dann sind wir bei meinem Beispiel bei sechs Stunden die Woche, die ihr noch zusätzlich habt zum Lernen. Dann müsst ihr euch wirklich vornehmen, okay, ich arbeite in diesen sechs Stunden. Ja, das ist dann wie ein fester Termin. Also so wie ihr fest zum Job geht oder mit einem Freund, Freundin verabredet seid, ist halt dieses Lernen auch ein fester Termin für euch. Dann könnt ihr euch überlegen, wo lerne ich denn? Mache ich das zu Hause am Schreibtisch? Oder gehe ich ins Café und lerne da oder in die Bibliothek? Also es ist auf jeden Fall gut, wenn ihr auch einen festen Ort habt, wo ihr lernen könnt, weil ihr dann mit der Zeit wisst, okay, ich setze mich jetzt hier hin. Das heißt, ich mache jetzt auch was. So, und da fällt gerade ein, was mir immer voll hilft, wenn ich keine Lust habe anzufangen. Ich stelle mir dann einen Wecker auf 30 Minuten und sage, so, ich mache jetzt 30 Minuten was. Und danach mache ich eine Pause oder ich belohne mich mit, zuletzt war es eine Serie, ich habe angefangen Outlander zu gucken. Das hat prima geklappt. Ich habe dann immer eine halbe Stunde gearbeitet für meine Sachen und dann eine Folge Outlander geguckt, wenn man natürlich so viel Zeit hatte wie ich. Das funktioniert nicht, wenn ihr am Samstag nur drei Stunden plant. Aber nach 30 Minuten nochmal fünf Minuten Pause machen, vielleicht Lieblingsmusik anmachen und dann nochmal 30 Minuten arbeiten. Die Technik nennt man Pomodoro-Technik, weil es halt 30 Minuten sind, so lange wie eine Pomodoro braucht, um fertig zu werden. Das ist, glaube ich, die Tomatensauce, oder? Und genau, das hilft mir dann immer, mich wirklich nochmal dran zu setzen. Und was auch hilft, ist sich zu überlegen, okay, ich habe jetzt am Mittwoch diese Stunde zwischen 15 und 16 Uhr und am Donnerstag und am Samstag. Und wenn man das dann nicht gemacht hat, weil irgendwas dazwischen gekommen ist oder weil man keine Lust hatte, dann holt man diese Zeit auch nicht nach, sondern man arbeitet wirklich nur dann, wenn man sich das vorgenommen hat. Das erhöht einmal die Motivation, okay, jetzt muss ich lernen, weil nachher mache ich das nicht mehr und nachher darf ich das nicht mehr sozusagen. Und man kann auch in den Zeiten, wo eben kein Lernen eingeplant ist, wirklich entspannen und sagen, okay, ich habe jetzt keine Zeit zum Lernen, sondern es ist jetzt Zeit für meine Freizeit, für meine Erholung eingeplant. Und ja, ihr wisst wahrscheinlich, dass es sehr wichtig ist, sich zu erholen. Da gibt es auch noch eine Theorie. Ich kann jetzt gerade nicht mit Sicherheit sagen, wer das war. Kann ich euch in Zukunft nochmal sagen. Aber es ist eine Aufgabe von euch, euch auch gut zu erholen. Deswegen, das darf nicht zu kurz kommen. Genau, noch ein Tipp fürs Lernen. Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Halt mir jetzt gerade nicht ein. Naja, also wie gesagt, macht euch diesen Stundenplan, lernt regelmäßig. Ah ja, genau, dann wisst ihr, ihr habt sechs Stunden die Woche Zeit. Und dann braucht ihr natürlich einen Plan mit den Inhalten, die ihr wiederholen wollt, bis, sagen wir mal, März. Und diesen Plan müsst ihr euch machen, dann ungefähr abschätzen, wie viel Zeit ihr wofür braucht. Und das dann eben in eure Lernfenster packen. Also in diese Zeiten, die ihr pro Woche Zeit habt. Wenn ihr wisst, okay, ich mache jetzt eine Woche lang Bildungsbereiche oder zwei. Das heißt, ihr habt dann wirklich nur diese ein oder zwei Wochen Zeit. Und danach müsst ihr vielleicht mit den Theoretikern weiterarbeiten. Und es ist super wichtig, dass ihr jedes Thema halt durcharbeitet. Und wenn ihr halt seht, ich werde mit den Theoretikern in dieser einen Woche nicht fertig, dann müsst ihr trotzdem mit dem neuen Thema weitermachen. Oder die Theoretiker halt nicht so super ausführlich bearbeiten, sondern gucken, dass ihr wirklich durchkommt mit der Zeit. Ja, wenn ihr Lust habt, mache ich da nochmal ein extra Video zu, wie man solche Lerneinheiten zerteilen kann. Weil ihr wisst dann ja ungefähr, was müsst ihr pro Woche machen. Und dann könnt ihr das runterbrechen, was muss ich in dieser Stunde machen mittwochs, was muss ich in dieser Stunde machen donnerstags. Und das dann wirklich runterbrechen und dann wirklich diese Themen bearbeiten und sehen, dass ihr durchkommt mit dem Thema. Weil ihr müsst über jedes Thema zumindest etwas sagen können in der Prüfung. Man weiß halt nicht, was drankommt. Und wenn aber die Prüfer eine Lücke finden und merken, okay, der hat den Bildungsbereich Bewegung so gar nicht drauf, der kann da nicht mal drei Sätze zu sagen, dann ist das richtig schlecht. Wenn ihr aber diese drei Sätze sagen könnt, und das dauert nicht lange, sich die möglichst wichtigsten drei Sätze zu erarbeiten, wenn ihr sagt, ich habe für den Bildungsbereich Bewegung nur eine Stunde Zeit, dann überlegt ihr euch, was sind die wichtigsten Dinge, die ich wirklich in der Prüfung wissen muss. Also es ist wichtig, dass ihr zu jedem Bereich, der in der Prüfung drankommen könnte, etwas sagen könnt. Weil wenn die eine Lücke finden, dann hilft euch das nicht, wenn ihr die Theoretiker super drauf habt, aber einen der Bildungsbereiche gar nicht kennt. Wenn der drankommt und die finden die Lücke, das ist kein gutes Zeichen. Also zu allem wenigstens ein bisschen Wissen. Okay. Gut. Dann soll das für heute erstmal genügen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer super. Und ich antworte auch, sobald ich das sehe, auch immer, also ich bemühe mich, auch vielleicht nochmal Fragen zu beantworten. Und ja, bis demnächst. Bis bald. Tschüss.